Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen waren alle Chicos und Chicas da draußen Der Skyline ist am Start genauso wie eine kleine Runde Let's Build Viva Pinata Der frisch gebadene Skyline, will ich dazu sagen Und, ups Da flog eine Tafelika durchs Bild Und da hinten ist ein Dragonfly Dragonfly, genau wie da Und mit dem machen wir heute was Ja, also, warte mal Ja, hier, Gartenladen So, Small Feather Und Gartenbetrete wieder zu Einstellen, wofür ich das halt brauche Ist Bescheid Und, ähm Es ist peinlich Daran hab ich nicht gedacht Ich hab ja die ganze Zeit gedacht Um eine Red Dot zu kriegen Muss ich im Endeffekt Äh, ja Ein Chili essen lassen, ne Tafli Den war aber leider nicht so Apropos, ähm Ihr hört jetzt im Hintergrund Zum ersten Mal eine neue Musik Von einer netten Dame Namens Emma Die hat einen Youtube Kanal Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt Kluckt, äh, kluckt Kluckt auf jeden Fall Leit mir Leit Und ich möchte mich natürlich bedanken Äh, bei ihr Und deshalb Gebe ich ihr Unseren neu gewonnenen Schwan Den Namen Emma Emma Du bist ein Schwanander Ja, ja, ja Ja, das findet Emma toll Und, ähm Ja, leider Ähm Speedhut Den bräuch ich ja auch Um, äh, den fressen zu lassen Soweit ich jetzt, äh, mich Richtig in Erinnerung habe Ähm Ich hab noch zwei anderen Namen Die ich vergeben möchte Einer ist leider noch da drin Von daher, äh, bringt das nichts Und der andere möchte ich gerne Dragonfly geben Daher das noch nicht Jetzt brauchen wir erst mal Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen Wo haben wir denn die Tafli? Es ist so easy, Leute Ohne Witz Ohne Witz Ein neuer Bewohner Können wir so gleich verkaufen Sobald ich mal die Dragonfly, wollte ich gerade sagen Äh Fluffy finde Ich hab jetzt mal Fluffy mit, äh Basilikum verwechselt Äh, hab ich ja Ewigkeiten gesucht im Internet Einer, der sich am besten macht Äh, willst du mich jetzt verarschen? Hab ich den verkauft? Fafli? Oder hat den Frosch Äh, hat den Frosch drin gefressen? Jedenfalls hab ich keinen Frosch hier Halt Ich hab was gehört Da ist das Da ist er Da ist er Da ist er Das muss natürlich erst mal gemacht werden Ist ganz klar So, ähm Ich brauche Wo bist du denn? Tafli Mhm Lass mal auf Tafli Du wirst jetzt was ganz tolles machen Du wirst jetzt Hier drüber fliegen Während es an ist Ich halt schon mal die Gießkanne bereit Du Scheißvieh Bist nicht am Brennen Es dauert ein bisschen jetzt Ich kann nicht versprechen Dass es auf Anhieb klappen wird Boah, auf Anhieb hat es ja schon mal nicht geklappt Dass es jetzt schnell klappen wird Du Ja Hier drüber fliegen bitte Du bist am Brennen Ist klar Still Naja, der macht das doch Ist ja gut Eiksel Tafli Oh, witzel Ich muss dich durchs Feuer fliegen lassen Ist unser neuer Trick Wir hätten einfach mal direkt hier ansetzen Ich weiß, dass damit Ich weiß, ob er es macht Wollen wir bereit halten? BUM TADLÄ Wir haben Ein fettes Brummfliegenvieh gekriegt Verdammt, bist du hässlich Na, wie war das mit dem flugen Gärtner? Du hast deinen Keniata in eine andere Art verwandelt Check this out, bitch TITEL VERBESSERUNG TITEL VERBESSERUNG TITEL VERBESSERUNG Oh, Menno Mein Bestes Level 31 Batches 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 Was ist ein Batch? Der Batcheler Oh, du Mikeser Bleib stehen So, und jetzt Möchte ich dich gerne umbenennen Und zwar, weil du in diesem Rampenlichthaus wohnst Möchte ich dir einen Namen geben Und zwar der ganzen Gruppe entsprechend Die auch hier Musik für mich bereithält Also nennen wir dich jetzt East Slice Und zwar von East Slice Records Ja, es freut sich Ich freu mich ja auch Freut ihr auch, dass ich dich nicht freue? So, jetzt haben wir so ein Fliegeviech Jetzt warten wir auf die Dragonfly Dass die Dragonfly, ähm Da mal Ne? Ihr wisst schon Gegen kämpft Ich somit dann auch die Dragonfly behalten kann Das letzte, was man machen muss dafür Sau bescheuert Jetzt müssen wir das Glück haben, dass Dragonfly überhaupt dagegen anstingt Sonst, äh Haben wir ein Problem Steinmauer, Steinmauer, Steinmauer Ich will nicht die Steinmauer Äh, achso, dann brauchen wir das jetzt Auch Nichts mehr Können wir weg machen So, Mist Weißt du, ich hab gerade Sachen verkauft Falls du es nicht bemerkt haben solltest So, äh Modrop Wart mal was ist Was ist das denn? Let it go, fam Mausmelon Weiß jetzt gar nicht, warum wir Mausmelon haben Ich glaube, wir müssten ja irgendwie Irgendwas brauchten wir den Ich bin mir nicht mehr sicher für was Genau Wir haben Wart mal, was braucht der Bär nochmal Zehn davon Oder drei Honigdinger Eins vom Bär Wir müssen nochmal gucken jetzt gerade Ich müsste die Liste auch von mir nochmal erneuern Ähm Moment mal Da ist es doch Auftauchen Zwölf Tannenzapfen Drei Gläser Honig Weiß nicht, wie viele Tannenzapfen wir jetzt haben Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Der frischt gerade alles weg Das ist natürlich Detail ich jeden Fall Aber er ist trotzdem hier drin Was habe ich da gehört? Wolkse Wolkse Das habe ich Ich habe Platz geschaffen Das ist total toll Was ist das denn? Da ist es Wer einer von euch frisst hat Wo ist das denn jetzt? Wo ist denn der Crocodile? So ausgemacht, ne? Hä? Wieso war der Was ist zum Fick? Achso, nee, warte mal Er muss Schwanona fressen Schwanana fressen, ne? Genau, er muss Schwanana fressen Ähm, deswegen ist es noch aktiviert Des Weiteren, wollen wir mal für Schwanana mal ein Häuschen basteln? Wäre ich voll für? Was kann ich für dich tun? Ein Häuschen für Schwanana Guck mal, da hast du eine andere Bauhausung hier Red Hot Geheimnisbehausung? Ich fühle mich frei Was ist denn eine Geheimnisbehausung? Mhm Schwanana-Behausung Sobald du entschieden hast Ja, ich muss nur wissen was Ach du Dicker Hering Was zum Fick? Was bist du? Und was willst du hier? Ich bin dazu geneigt? Ja, ich bin dazu geneigt Dafür müsste ich das vergrößern im Endeffekt Hm Äh 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 Wexel Das ist doch doof Ich bin aber nix Ich bin aber nix Alter Schwede, der Mond hat denn so ein Oschig sein, oder was? hier könnte man es in klein was ist los warum was habe ich gemacht wir gehen alle weg ja mach mal was quackberry was ist passiert so info zwei butterbrote musch der fresse war wollen wir es gerade mal machen lassen ich glaube das machen wir gerade weil nämlich ich hoffe nur das einmal nicht frisst paradies vogelblume was ist denn eine paradies vogelblume lassen wir mal schön hier direkt daneben wachsen was ist jetzt los wieso was habe ich gemacht ich sage psychiatrische warum habe ich schon wieder erfahrungsbogen zugekriegt heute zurück zu den erwecken blöd dass wenn du jetzt einmal hier das so gemacht hast dass du es immer wieder umwandeln lassen musst find ich so doof wie kann ich hier hin ja nie ist klar was zur hölle ist passiert aha wir haben ein quackberry schön warte was oh shit mellow wolf ach du scheiße du hast einen sauren mellow wolf angelockt er sieht durch und durch böse aus mit ihm im garten wird garantiert niemand zu besuch kommen warum nicht wo ist das scheiß wie heute was soll ist alles jetzt los ich bin verwirrt apropos verwirrt so das war das was war ich wollte tinkern ich wollte tinkern genau tinkern wollte ich jetzt wird erst mal getinkert wie denn läuft warte 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 ja ja mach einfach weizel den den ich hab fertig äh zurück zu den objekten warte 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 mal da muss ich mal ein bisschen wie auch bei hofen das ist das problem der garten ist voll krieg dich mit der garten ist voll der garten ist nicht voll verdammte scheiße also das ist das einzigste große problem bei viva pinata du hast hier keinen platz für irgendwas kannst du nicht richtig arbeiten du hast kaum pinatas kannst du hier rein machen kannst deinen garten nicht wirklich schön gestalten wuppi fucking du so dann zeig mal das monster hier alter schwede noch ein größerer palast ging wohl nicht wahr was zur hölle warum was passiert warum ist der christi gestorben tinker verfügbar jay das blöde ist ich muss natürlich noch irgendwo platz lassen damit die pinatas auch noch reinkommen hier ey alter das heißt ich muss schon wieder demnächst alles verkaufen muss ich mal gucken was ich an baum jetzt unbedingt noch bruch müssen wir halt ein paar bohme verkaufen müssen wir mal so machen ist ja auch kein ding sweet tooth warum habe ich den sweet tooth noch hier ich weiß es nicht oh ich habe keine binsen mehr what the fuck ich habe keine binsen mehr ich habe keine binsen mehr was selig ist nein so war das nicht gemein 1 ja man kann übertreiben 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 12 13 14 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 22 21 22 21 25 25 25 20 25 25 25 25 25 Ich glaube ich werde uns auch demnächst hier die Worms verkaufen und die Crawler jetzt dann dementsprechend benennen. Ich weiß auch nicht wo ich Maischen liegen habe. Na da ist er ja, Mike Sir!